So wie der ganze Rest hier organisiert wurde. Normale Messer. Irgendwo, wenn da nicht genug zu messen. Hat der noch ... Was ist denn? Noch Messer? Irgendwo. Mal gucken. Wie? 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 Ja, wir sind in den letzten Jahren. Was ist denn? Ja, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Es ist kalt hier, ne? Da auf diesem Ding, auf jeden Fall. Ja, genau. Ein bisschen Geschmack kriegen, ne? Ah ja. Mach ein bisschen. Ein bisschen muss rein. Aber der Fisch ist richtig so wie Pfefferschläge gemacht. Also richtig Pfefferschläge. Was ist das denn hier? Das haben wir nur eingelegt. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Da hätte man auch mal einen Löffel mit reintönen können. Ja, dann mach's doch. Das war jetzt voll mit Absinn. Aber das ist wirklich hübsch, oder? Und ist das für du? Ist das ein Meister? Das ist echt... Hast du noch einen Termin frei nächste Woche zufällig? Da hätte ich so eine kleine Veranstaltung, wo ich wirklich top aussehen muss. Also ich hab Sonntag noch einen wichtigen Termin. Da müssen wir das mal gucken. Ja, aber könnten wir das dann irgendwie da so zwischenschieben? Schön, ne? Ich glaub, ich hab am Mittwoch um 19 Uhr noch Zeit. Also Geld spielt eigentlich keine Rolle. Du kriegst da ja einen Klatsch, ich krieg den höher als du. 5.000 Euro. Ach Quatsch, du kriegst sie nicht höher. Du kriegst sie nicht höher? Ja. Du, da kriegst du ja noch einen Bonus von mir dazu. Zeig mir das. Ich möcht's sehen. Ja, der ist jetzt nicht und nicht warm. Nee, die Federboa passt nicht mehr. Ich bin kein Federboa. Hast du sie mit einem kleinen Vermögen erreicht? Einem mittleren Vermögen? Also ich dachte groß. Ich dachte groß. Ein großes Vermögen. Ach schon. Na dann hätte ich meine ganzen Leute dazu. Ja, das ist lieb. Das ist lieb. Das ist lieb. Also ich werd's dir noch weiterempfehlen. Ich hab ja genug Zeitschriften. Kölner Express wird sofort davon empfehlen. Ich hab ein Spiel, was wir spielen können. Ja, geil. Als extra bekommen sie eine Massage mit Liebeskunde. Oh, wie süß. Und dann... Ich hab eins. Auf dem Rücken natürlich. Das hab ich aber auch erwartet. Also guten Service weiß ich auch zu schätzen. Ich werd mich dann bedanken. Eine gute Kundin. Haben Termin, hat klar gemacht. Was ist denn jetzt das Spiel? Ich denke mir eine Figur aus, die ich darstelle und ihr müsst raten, welch ich bin. Na dann mach das mal vor, weil ich möchte... Ich weiß gar nicht mehr was. Ah ja, ich weiß noch eins. Jürgen! Glaub ich wenigstens. Okay, er ratet mal. Fussballtor. Jürgen, du hast gewonnen. Das ist was anderes erwartet. Nicht Tor. Elfmeterschießen. Fussballspieler. Stürmer. Was ist das da vorne? Elfmeter. Tischfußball. La Olawelle. Zuschauer. Stadion. Für Fußballstadion. Fans. Ja, und wie heißt das dann im Zusammenhang, wenn ich das mach? La Olawelle. Im? Stadion. Genau. Fußballstadion. Hat er doch schon gesagt. Du hast das im Stadion nur gesagt. Nee. Du musst La Olawelle im Fußballstadion sagen. Was war das Wort? Stadion. Fußballstadion. Ja, Fußballstadion. Hab ich gesagt. Er hat Fußballstadion wirklich gesagt. Ja, dann sag das so. So komm, wer hat's geraten? Du hast geraten. Du bist dran. Go Sladi. Go Sladi. Er wollte mich eigentlich nur so hinstellen. Ja, 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 ja. Kann ich schon kurz überlegen? Also los. Guck. Blindschleiche. Was ist das? Ein Hund. Maulwurf. Ja. Genau, ja. Osterhase. Bippi Langstrumpf. Bippi Langstrumpf. Genau, Bippi Langstrumpf. Tika. Was war denn da rein? Hat ich das falsch gemacht? Nein. Das ist so geil, ne? Guck. 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 Pass auf. Das ist dein Schiffchen. 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 Ja. So, pass auf. Das ist dein Schiff. Geh mal ein bisschen da rüber. Haben wir noch Platz für die Junge da? Dann würde ich mir das Patsche lassen. Pass auf, wenn ich sage, Achtung, fertig, los. Wenn das zuerst da ist, oder das ist da, hat gewonnen. Ihr werdet sehen, das ist gar nicht so einfach. Warte, warte. Geht schon mal, ne, 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 wenn ich Achtung, fertig, los, da. Hey. Ja, ohne Ende, tut schon mal die Mühe da dran. Achtung, fertig, los. Weisblatt. Weisblatt, weisblatt, weisblatt. Ich war nicht so gemein. Ich war mal ein bisschen ein Gewurz, aber halt. Der war wirklich gut. Heute haben sie noch gut lachen, aber morgen wird es ernst. Unsere Bewohner müssen zum ersten Mal zwei Mitbewohner nominieren. Wir werden uns echt reichen müssen.